Jo, hallo, wir sind hier auf der Welcome to Hell Auftaktkundgebung. Über uns kreist bereits der Hubschrauber, aber die Stimmung ist wunderbar. Hier sind mindestens schon 5000 Menschen zusammengekommen auf dem Fischmarkt hier in Hamburg. Die Polizei hält sich noch zurück, ist aber bereits an verschiedenen Stellen postiert, hat teilweise Schilder mit dabei. Dennoch gibt es hier kämpferische Demonstranten, kämpferische Kundgebung. Gerade hat eine Person aus Mexiko berichtet, die von der Zapatistischen Befreiungsbewegung dort kommt. Wir hoffen, dass es heute hier noch einen kämpferischen Tag gibt und wollen euch jetzt noch ein paar kurze Impressionen zeigen vom Fischmarkt. www.fischmarkt.de www.fischmarkt.de